Hey yo, was geht ab Leute, hier ist wieder euer Outperformance mit einem neuen Destiny Video. In diesem Video zeige ich euch 3 unsichtbare Plattformen im Schmelztiegel. Ihr solltet diese Glitches nicht im öffentlichen PvP einsetzen, da es sein könnte, dass euch Spieler melden und ihr gebannt werdet. Außerdem ist das Ganze natürlich nicht fair gegenüber anderen Spielern. Wenn ihr die Glitches dennoch im normalen Schmelztiegel einsetzt, übernehme ich nicht die Verantwortung, wenn ihr gebannt werden solltet. Natürlich ist die Chance sehr gering, aber es ist möglich. So, jetzt aber zu den Glitches. Fangen wir an auf der Karte Ufer der Zeit. Bei der C-Flagge gibt es hier auf der rechten Seite eine kleine Kante, auf der ihr stehen könnt. Von dieser aus springt ihr dann nach oben und rechts neben den Baum. Hier oben seid ihr direkt über der C-Flagge. Natürlich seid ihr aber nicht geschützt, sondern könnt ganz normal getötet werden. Weiter geht es dann mit der Karte Erstes Licht. Hinter der C-Flagge gibt es einen Ort, wo ihr hin könnt. Hier müsst ihr aber die Sparrow-Flying-Technik drauf haben. Ansonsten kommt ihr hier nicht hoch. Von hier aus könnt ihr ein Stück nach rechts, sodass ihr in der Luft stehen würdet und ein Stück nach links. Ihr müsst aber leider nach jeder vierten Sekunde springen, da ihr ansonsten sterben würdet. Und der letzte Glitch befindet sich auf der Map der Kessel. In einem Konflikt-Match spawnt man als Bravo-Team direkt dort, wo ihr hin müsst. Von dort aus springt ihr auf diesen Sarg. Auf dem Sarg habt ihr genau vier Sekunden, was aber überhaupt kein Problem ist, da ihr nur ein Stück nach oben und links springen müsst. Von dort aus habt ihr einen kleinen Teil der Map in Sicht. Und könnt, wenn ihr wollt, noch nach rechts um die Ecke springen. Von dort aus seht ihr noch ein Stückchen weiter nach rechts. Für mich war's das schon wieder für dieses Video. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es mit einem Daumen nach oben. Und wenn ihr mich unterstützen und kein weiteres Destiny-Video mehr verpassen wollt, dann vergesst nicht zu abonnieren. Danke fürs Zusehen und die Unterstützung. Macht's gut und bis zum nächsten Mal Leute. Euer Outperformance. 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 Bis zum nächsten Mal.